Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich werde niemals kapitulieren. Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf. Führertäglichen Sinn für die Realitäten verloren. Ich verließe an und verlassen Sie Berlin. Wir können ihn doch nicht alle einfach so allein lassen. Bei dem, was den Führer erwartet, braucht er niemanden. Aber der Herr Göbelz und seine Frau bleiben doch da. Die Kinder ja auch. Aber die Kinder. Ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Unsere Idee geht zugrunde und mit ihr all das, was ich Schönes und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Trink, trink! Wir müssen raus aus Berlin, Eva. Ich muss ihn überzeugen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Habt ihr denn noch immer nicht begriffen? Der Krieg ist verloren. Es ist zu Ende. Warum wollen Sie weiterleben? Und Sie? Warum wollen Sie so unbedingt sterben? Ich muss Ihnen sofort mein Testament diktieren. Ich tippe gerade das Testament des Führers. Was soll denn jetzt werden mit uns? Ich kann nicht mehr. Es kann jeden Tag und jede Stunde mit uns zu Ende sein. Der Führer selbst hat jeden Glauben an einen glücklichen Ausgang verloren. Deine Schwester. Versuchen Sie noch rauszukommen. Versprechen Sie es mir. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschmitten. Sie wird das Zaufe in Ihrem eigenen Blut!